Herzlich Willkommen liebe Imperiumsbegleiter bei der großen Backtracking Session. Wir werden heute die ganzen Herrscher-Sticker, die uns noch fehlen, einsammeln. Und wenn ihr am Ende seid, ist sogar noch mein Team vervollständigt. Aber das weiß ich noch nicht, das kommt ganz drauf an, wie wir hier vorankommen. 58 Herrscher-Sticker, cool. Und auch hier befindet sich etwas und zwar bei dem Haus in Route 1. Ein Garantin, den wir schon getroffen haben, hat hier, naja, seine... Die Wohnung seiner Eltern, wahrscheinlich sein Kinderheim. Aber Lockborn, okay. Okay, äh, das werde ich jetzt erstmal noch nicht vorwegnehmen. Da werde ich dann vielleicht später noch backtracken. Auf jeden Fall findet sich hier am Kühlschrank etwas. Yay. Außerdem hier bei den Bärenfeldern. Ich habe hier in Mille Mille ein paar gesehen, wie ihr feststellen könnt. Aber wenn ich schon dabei bin, werde ich einfach mal hier die Bären einsammeln, die hier direkt auch noch rumliegen. Der bei Elimas Brunnen bei seinem Haus war aber auch echt schwer zu sehen. Kommt schon, also wow. So, und, äh, hier im Rathaus haben wir einen kleinen extra Sidequest. Danke an Laubfischer, wenn ihr das mitgeteilt habt. Schauen wir doch einfach mal, was uns hier erwartet. Ich kann mir die Tochter willkommen hier bei uns zur Braut geben, der nicht imstande ist, seine Stärken im Kampf zu beweisen. Ja, und das ist das Einzige, was hier zählt. Also echt, Papa, ich bin doch kein Gegenstand, den du weggeben kannst. Außerdem sollte man nie jemanden danach beurteilen, wie stark seine Pokémon sind. Hehe. So denn, sie ist sad. Man sollte nie jemanden danach beurteilen, wie stark seine Pokémon sind. Guck, 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 genau. Unsere Nebula kamen sich nämlich sehr gern, genau wie ihre Tochter und ich. Wirklich, ihr habt einen Geist-Pokémon als Metapher für eure Liebe. Wirklich. Ah. Was ist denn so ein Familiendrama? Ich hab's, Papa. Wenn dir Schleckes so wichtig ist, dann bist du mit diesem Mädchen doch einverstanden. What the... Redet sie jetzt von sich dann no gay? Sie hat schließlich einen Z-Krafttrink. Oder von dem alten Typ, wenn ja... No pedo? So ein Unsinn. Jetzt drehst du mir das Wort im Mund, um mich zu verwirren. Genau. Das funktionierte vielleicht im Pokémon-Kampf mit der Attacke-Konfurschall, aber nicht bei mir. Wir haben deine schöne, geordnete Geschlechterrolle. Ja. Dann ist deine Behauptung, du könntest keine Ruhe finden, wenn mein Partner nicht stark ist. Also doch nur ein Vorwand. Hä? Komm, lass deine veralteten Welt mit raus, Mann. Hey, du. Trainer auf Instrumannschaft. Ich hab eine Bitte. Würdest du gegen meinen Vater kämpfen, damit er wieder zur Vernunft kommt? Äh. Ja. Merkwürdige Frau, die mir gerade einen Heiratsantrag gemacht hat. Danke. Das ist so geil. Also sowas. Das ist jetzt so meine Tochter. Ganz schön verrückt. Das kannst du wohl auch sagen. Ich hab schließlich früher auch mal die Instrumannschaft abgeschlossen. Okay, zeig mir, was du kannst. Dann erwarte ich jetzt aber schon Pokémon um Level 70 herum. Wenn du schon laberst, dass du die Instrumannschaft abgeschlossen hast und irgendwie 53 bist. Dann erwarte ich jetzt schon Pokémon auf Level. Und du hast ein Pokémon und zwar einen Dummiesel. Welches auf welchem Level noch gleich ist. 14. Wenn du mir sagen musst, dass du die Instrumannschaft mit einem Dummiesel auf Level 14 abgeschlossen hast. Dann lügst du entweder. Oder das Niveau war davor katastrophal. Also so, dass die Levelkurve in Hot Gold und Soul Silver wie Dark Souls wirkt. Im Vergleich. Also von daher weiß ich nicht ganz, was ich davon halten soll. Aber okay. Irgendwo tief in mir drin habe ich mir wahrscheinlich gewünscht, dass ich verlieren würde. Und deswegen klatschst du jetzt. Du bist sehr merkwürdig und inkonsistent. Weißt du das eigentlich? Bist du wieder zur Vernunft gekommen, Papa? Selbst wenn er nicht stark im Kampf ist, wollen wir zu zweit. Nein, zu viert. Mit unseren Nebulak gemeinsam unser Bestes geben. Okay, jetzt sieht man die Nebulak. Nicht, dass sie Zwillinge im Bauch hat. Immerhin. Los, gehen wir zum Standesamt. Hier gibt es ein Standesamt? Ja, und unsere Nebulak könnten auch für immer zusammenbleiben. Ich hätte ein Quest 4 machen sollen. Das sehe ich aber, wenn ich die Level gerade gemacht habe. Aber okay. Achso, das Standesamt ist hier. Okay. Hm, ein Pokémon zu fangen ist gerade mal der Anfang. Findest du nicht auch? Ähm, ja. Wer in meiner Seite seine Kämpfler hat, wird sich besser kennen und verstehen. Ich denke, in deiner Ehe ist es genauso. Es ist mir zu peinlich, es direkt zu sagen. Deswegen teile ich diese Weisheit mit dir. Danke, Wendelmann, der fast ein schieger Vater geworden wäre. Ach, übrigens, hier in Glitzern ist mal gut. Hey, danke. Cool. Immer diese Familientram, das echt? Auch wenn die Anima... Okay. Es gibt zwei Meinungen, die ich dazu habe. Das ist eine echt schöne Szene, muss ich sagen. Tja, ich frage mich, ob ich bei der Hochzeit lächeln kann. Andererseits, wenn die beiden gemeinsam ihre Nebula gegen mich einsetzen würden, dann könnte ich bestimmt dich gegen sie gewinnen. Ja, zwei Wörterseits ist auch... Moment, du hast einen Dummiesel. Das würde ein ziemlich, ja, ein ziemlich unergeglichenes Match werden, weil sie könnten dich nicht treffen, nur könnten sie nicht treffen. Er würde euch mit Verzweiflung weghauen müssen. Also, ja, die Stadt zauberzuhalten für die Eingestellten des Pokémon-Centers zu unterstützen zählen auch zu den Aufgabenverhältnissen des Rathauses. Ich weiß auch nicht, ob ich das schon erkundet habe. Wenn sich unsere beiden Nebula entwickelt haben, werden wir sie auf jeden Fall miteinander tauschen. Hey, das ist eine gute Idee. Mach. Wenn man die Attacke-Geschichte oder Gesicht oder Schnüffleins ist, kann ein Pokémon von dem Geister von normalen Attacke getroffen, wenn ich weiß. Ich arbeite gerade an der Stadtplanung. Mein Ziel ist es, den Lebensstandard der Menschen und der Pokémon zu verbessern. Weil, an sich sollte hier ein Herrscher-Sticker sein, ähm, wenn ich den schon habe. Im Rathaus-Dokumenten nachzuhören, erinnere mich ein bisschen alte Videospiele. Ja, Clu-Clu-Land oder so. Aber hier scheint kein Herrscher-Sticker mehr zu sein, deswegen war ich wahrscheinlich schon hier. Und es hat sich dann erst, vielleicht nach dem Kampf, oder nach der Prüfung war, geschaltet. Was gibt es Schöneres als fröhliche Kinder und Pokémon? Ich wünsche, man würde auch Hinweise bekommen, dass diese Side-Fest da sind, damit man sie nicht so spät findet wie ich. Bänder sind wie Erinnerungen, die man seinen Pokémon anschickt. Ein Geld gibt es auch außerhalb der Alula-Region. Verschiedene Sorten, Bänder sind aber irgendwie epischer, vor allem die aus Zen-O. Ich mag die aus Zen-O. Die im Rathaus kommen, und wenn es nicht darum, die Straßen unserer Stadt in Schuss zu halten, damit sie für Pokémon wie Pokémon begehbar sind. Okay, das war's dann hier. Kann ich da einen Trainer-Pass sehen? Ah, du bist doch Jess, stimmt, ich habe deine Anmeldung bearbeitet. Du bist da mit deiner Mutter und einem Mauzi-Ärger, so richtig. Ein Lola-Mauzi. Mir ist schon eine Mauzi aus Alola begegnet. Das sieht ganz anders aus als die aus Kanto. Nein, mein Mauzi versucht sich angewöhnen, es sei ein Lola-Mauzi. Das war... Nicht damit. Heute ist es aber spät. Es ist aber spät, Ren. Hast du da einen Zwischenstopp eingelegt? Es? Togel. Achso, oh. Hi, Santa. Dieses Boto-Gil wird zum Eigentümer der Bärenfelder. Äh, es hilft bei der Ausdehung der Bären, die auf den Feldern geerntet werden. Hey, das ist ja mal interessant in Lola, die hier gedroppt wird. Boto! Gute Arbeit, ich nehme dir die Bären ab. Togel. Ha. Hey, der Taus, das ist aber... Das ist aber keine Bäre. Wir nehmen uns wieder mit nach Hause. Hast du das etwa unterwegs gefunden? Äh, Togel? Togel. Das Boto-Gekrammel ist aus seinem Schweif hervor und hält es dir vor die Nase. Ich weiß nicht, ob ich das will, aber gib mal leer. Und mein Schweif? Das ist... Der Sack ist ein Schweif, aber hey, Sägesang, wie episch. Das hätte die sowas von Stami geben, glaube ich. Wenn einmal ein paar Bären übrig sind, schlingt Boto-Gil sie mit einem Hapsin und da... Aber Sägesang ist wohl nicht ganz sein Fall. Äh, jetzt sind wir wieder für eine Weile mit Bären versorgt. Oh, wie cool. Ähm, Sägesang hat halt den riesigen Vorteil und auch gleichzeitig den Nachteil. Je nachdem, dass man immer die, äh, Items in Proportion... Oder die, äh, KP, die aufgibt, wird schon immer in Proportion zu dem... Äh, zu dem Schaden, den man macht. Deswegen ist es bei einem Sweeper wie Stami, glaube ich, ein bisschen besser aufgehoben, als bei einem defensiven Pokémon wie Zankabu. Zankabu werde ich dann eher Überreste geben. Ähm, ja, hier mal ich den Bären... Ja, ich glaube, Stami sind nicht am besten. Es ist halt, es ist ein Ding, was Stami nicht so hohe KP hat. Ob es sich das Ehe gesagt wird, nicht lohnt. Es lohnt sich ja eher, wenn man hohe KP hat, aber... Ich glaube, in dem Fall kann man das schon machen. Joa. Und dann schaue ich mal, wie das in Zukunft weitergehen wird. Aber ich glaube, hier bin ich dann soweit fertig. So, damit sind wir nun auf Akala. Äh, wo... Unser Treffen ist 30 Jahre... Ach so. Oh, an den Sidequest konnte ich mich gar nicht erinnern. Wie mein? Aber ja, doch, das bin ich. Äh, vielen herzlichen Dank. Ach, ja, stimmt. Das Hotel Meeresrauschen, ja? Okay, äh, alles klar. Da müssten jetzt aber noch ein paar mehr sein. Ich habe doch keine Ahnung, wo die sein sollen. Naja, ich hol mir mal den Herrscher-Sticker und cool. Hier hat was Süßes für dich. Damit kannst du deinen Punkt und deine Freude bereiten. Ähm, danke für das Sonderbombo. Ich dachte, ich habe mit dir schon geredet. Das ist ein Sonderbombo. Ist es... Ist es... Heute Morgen fand ich auf einmal einen Silberkronen-Korken vor der Tür. Damit will Wulpix gewiss deine Dankbarkeit zeigen. Du solltest ihn an dich nehmen. Ähm, danke. Ich bin... Etwas verwirrt, dass ich das noch nicht gemacht habe. Das Wulpix hat sich hier nicht mehr blicken lassen. Es verändert sich gewiss vor diesen Schuften von Team Skull. Andererseits war es dank dir der... Äh, weißt du, dank dir, dass es auch gute Menschen gibt? Ich glaube, es findet sich hier vor den schlechten Deutschen. Aber weißt du, taucht es dir wieder auf. Hm. Müssen wir jetzt später mal wieder vorbeischauen. Aber, äh... Gut, das sind so Sachen, die finde ich ganz zufällig. Die suche ich eigentlich gar nicht aktiv. Okay, hier im Battle Royale befindet sich ein Herrschaftsdinger, nämlich Nummer 62. Und hier auf der... Naja, äh, beim Wähler-Vulkanpark unter dem Felsen, hätte ich auch sehen können, weil das ist relativ häufig so. Nummer 63. So, äh, nicht zu vergessen, hier vor allem Fossilienlaboren, Nummer 64. So. Und hier bei Mailas Haus befindet sich Nummer 65. Ich werde schon hier mit keinem Mieterkomponium unterhalten. Ich bin auch noch eine ganz gewinnliche Frau. Inselkönigin ist nichts weiterer als ein Titel. Okay. Das ist ein bisschen assi zu sehen, oder? Ähm, ich meine gut, wenn man dann sich in die Ecke stellt, das sieht man schon, aber muss man dann auch erstmal hinkommen. Und dann, ja, kann man das Ding herangeln, was man nicht wirklich sieht. Uh! Hier ist wieder irgendein Sidequest oder so. Es schlappt mit traurigen Augen zum Meer. Äh, siehst du das, Gufa, mit dem sentimentalen Blick da drüben? Es ist unübersehbar. Sein Name ist Gufeo. Er vermisst seine Geliebte. Okay. Gufeos geliebte Gufier wurde eines schicksalsschweren Tages und einem übermütigen Gufa schlöter ans Meer geworfen. Ups. Hat er sie nie wieder gesehen und da habe Gufeo statt unterbrochen, das Meer hat. Ey, geil. Guhu. Ich weiß gar nicht, ob Gufeo es nicht fühlt. Ich habe etwas sehr ähnliches durchgemacht. Deshalb lässt mich die Geschichte auch nicht los. Was? Dein Freund wurde ins Meer geschleudert? Hm, vielleicht wurde Gufier ja mittlerweile wieder an diesem Strand gespült. Sie ist an einem markanten, an einem markanten Gruppe gekommen. Er klickt und wird so, Gufu, würdest du mir den Gefallen tun, mit mir nachher zu suchen? Ähm, ist das... Okay, das ist einfach nur lustig. Weil hier natürlich noch eine Side-Quest, wo wir gezwungen waren. Ähm, Gufa-Rektor schon. Eigentlich wollte ich diesen Herrscher-Stick-Aroll Nummer 67. Aber, lol. Ich würde dich ja liebend gerne wieder, ähm, wieder helfen. Aber das einzige Gufa, geht mit dich aus dem Kopf. Genau, da bin ich nämlich erst drauf gekommen, dass diese Side-Quest machen soll. Ah. Hallo? Gufufu! Ah, der klingt genau wie der von Gufier. Willst du es zu Gufeo bringen? Jo. Gufu? Gufufufufu! Oh, da fällt mir ein Stein vom Herzen. Ich freue mich ja so für dich, Gufeo! Gufa ist wirklich ein Phänomen für sich. Ich merke's. Du siehst, wohin du siehst... Äh, du siehst, wohin du siehst nur Gufe hier am Strand. Wirf dieses... Wirf dieser sie ins Meer, findet jeder sie am Strand. Oh, ich bin so ergriffen, dass ich schon zu dichten anfange. Hier, das ist für dich. Ähm, war das so ein... Hat das so ein... Was... Jeder Morgen auf muss reißen, jeder Morgen ein. Gufier und Gufier. Ich hoffe, ihr findet das Glück, das mir nie verkönnt war. Wow. Gufufufu! Gufufufu! Oh, ein Gufa! Und... Well, fuck you too! Okay, das ist effig. Loll! Okay, kann ich Gufa einsammeln? Das war einfach nur hammerlustig. Und es gibt so zwei Meinungen, die ich zu diesem ganzen Sidequest-Dickern habe. Ich finde, sie sind unheimlich schön. Die haben einen unheimlich schönen emotional-menschlichen Moment, den man immer zwischen diesen Sachen sieht. Wie gesagt, ich wünsche mir zu dem, man würde irgendwie wissen, dass man diese Sidequest jetzt machen kann. Oder sie wären gleich verfügbar, wenn man dort hinkommt. Aber ansonsten super toll. Was ich mir für die Zukunft der Generation wünschen würde, ist natürlich, dass man sie wieder einbaut. Aber dass man sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe bei der Animation gibt. Und die Animationen, muss man wirklich sagen, sind echt nicht gut in diesem Spiel. Dafür, dass es auf dem 3DS erschienen ist, wäre wesentlich mehr möglich gewesen. Sie machen nämlich immer nur die gleichen Bewegungen. Entweder man sieht sie, oder man sieht, wie sie die Hand nach vorne streckt. Das sind schon immer die einzigen normalen Bewegungen und Animationen, die die können. Oder wie hier, wenn man die Gufa ans Meer wirft, zuckt das Bild einfach raus, wird schwarz. Man hört einen Platschen. Und ich meine, das sind Techniken, die ich beim Gameboy noch entschuldigt hätte. Aber schon beim Gameboy Advance, hätte ich gesagt, kann man da vielleicht ein paar mehr grafische Sachen machen. Und deswegen ist es einfach noch etwas, was ich mir schon wünschen würde, dass man hier auch ein bisschen mehr diese Animationen hineinschickt, damit es nicht ganz so billig aussieht, wenn ich versuche, weil ich meine, aber ansonsten super, super schön. Gefällt mir echt gut. So, und ich bin jetzt 20.000 reicher. Sehe ich das richtig? Jupp! Sehr schön! Okay, dann sehen wir uns gleich wieder, würde ich sagen. Und ich habe noch eine Zeitquist gefunden, irgendwie. Nein, nein, ich kann es einfach nicht. Hier mal hier im Seagarten. Ist alles in Ordnung? Äh, also, ich habe von meinem Papa ein Aragua bekommen, aber... Es heißt Admiral Aqua. Ich kann es einfach nicht ausstellen. Oh mein Gott! Was macht der Chip da hinten? Das klingt schon wieder so billig. Ich weiß, das ist Aragua gegenüber nicht fair, aber was soll ich tun? Araaaah! Aragua schaut das Mädchen traurig an. Du bist echt fies. Es ist mein Papa einfach viel zu ähnlich. Mein Papa ist immer total nass geschwitzt, egal wo er ist und was er tut. Ich glaube, sie hat ja darin, dass er im Wasser rumplanscht. Und Aragua ist auch immer nass. Ich habe die Nase voll von herumfliegendem Schweiß. Du kennst den Unterschied zwischen Wasser und Schweiß, aber... Also... Also, zumindest bei Süßwasser und Schweiß. Die Wasser drum glitzert im Licht. Nein, nein. Pfff, der Typ! Du, du hast es gesehen schon wieder. So werde ich mich nie an Aragua gewöhnen. Äh, äh... Was soll ich denn tun? Äh, ja, kämpf gemeinsam, würde ich sagen. A-Aragua nicht? Zusammen? Das könnte eine gute Idee sein. Wenn unsere Kräfte vereinen und gemeinsam einen Kampf austragen, entsteht vielleicht ein Band zwischen uns. Ich werde es versuchen. Gerade konntest du es nicht ausstehen. Hey, kann ich nicht bitten, unser Gegner zu sein? I guess. Dann legen wir mal los, Aragua. Also, das besteht im Prinzip fast schon der Punkt, den ich gerade gesagt habe. Weil, diese Animation von dem Typ hinten ist unglaublich, unglaublich lustig. Aber einfach, weil es so inkompetent gemacht wird. Also, wirklich so, als würde ich Photoshop nehmen. Den normalen Trainer-Sprite nehmen. Ein Flagmon drauf-Photoshoppen. Und dann irgendwie mit dem ganzen billigen Ton einfliegen lassen. Genau das wirkt es. Also, kommt Gamefunk. Da wäre auf dem Trainer das echt mehr möglich gewesen. Und das ist wirklich die Hardware-Limitation, die wir hier erreicht haben. Deswegen, die sollen sich über den Nintendo für die Switch schön viel Zeit lassen, damit wir dann auch tatsächlich ein schöner, der mit dem Pokémon sind. Ich bin nicht der Meinung, dass es das braucht, ja. Pokémon hat auch davor wunderbar, ohne funktioniert. Aber, wenn man schon solche wunderschönen, kleinen Sidequests macht, dann soll man das noch nicht versauen, indem man... Indem man sich absolut null Mühe bei den Animationen gibt. Versteht ihr, was ich meine? Aber das soll jetzt nicht negativ sein, weil, ähm, da echt coole Sachen dabei sind, wie hier das wieder zum Beispiel, das ist eine schöne, menschliche Geschichte. Ich kann das Band zwischen uns spüren. Yay! Yay, das Band ist da. Irgendwie kommen mir gleich die Tränen. Okay. Weil du mir geholfen hast, obwohl ich mich so eigensinnig verhalten habe. Yay, dankeschön für dich. Das war extrem einfach. Wo hast du da einen Fleckmann-Start und sahen? Irgendwann möchte ich mich mit Araqua auch so gut verstehen, wie du dich mit deinem Team. Äh, trainier einfach viel. Eines Tages geben wir ebenfalls ein super Team ab Araqua, da bin ich mir sicher. Ara, Ara, Ara. Als du gekämpft hast, sahst du wirklich wunderschön aus. Jetzt plötzlich. Ich bin zudemst ergriffen. Meine Tochter und Araqua passen wie Topf und Deckel zusammen. Und du und Fleckmann passen wie Arsch auf einmal zusammen. Ich bin eben wirklich, dass ihr euch so gut versteht. Mir kommen schon die Tränen. In der Bewegung des Wanderers fliegen Tropfen durch die Luft. Es scheint sich dabei nicht um Tränen zu handeln. Ja, ich habe verstanden, dass du ergriffen bist. Was hast du denn hier, Papa? Komm, Araqua, Zeit zu gehen. Ihr habt wirklich das beste Eltern-Tochter-Verhältnis ever. Das sieht man hier sehr deutlich. Und weg. So schnell es geht. Mein Tüchtling ist ganz verlegen. Es ist übrigens verboten, in dem Park zu schwimmen. Im Folgespräch verliere ich nie. Wirklich keine Belohnung? Aber warum? Mein gut, ich nehme an, der Dialog war die Belohnung. Wobei, gut, ich habe Netzbälle erhalten. Okay, die Netzbälle sind die Belohnung. Ich dachte, der Vater gibt mir vielleicht auch noch was. Aber okay. So. Ich bin hier aber noch lange nicht fertig. Denn nachdem wir hier eine super Kanto-Anspielung hatten. In Malia City. Ich meine, es ist ja ein Nachbau. Haben wir nun hingegen eine sehr, sehr billige, muss ich leider sagen. Und zwar, weil hier ja die Nugget-Brücke steht, haben sie hier diese Trainer zusammengefunden, um auf der Nugget-Brücke zu kämpfen. Was soweit Sinn ergibt, ja. Weil die Nugget-Brücke ein Nachbau ist. Und es durchaus nach Äther geben kann. Und die Hörner von dieser ominösen Nugget-Brücken-Challenge, die zwar drei Jahre später eigentlich nicht mehr da ist. Aber gut, vielleicht wurden die ja zurück auf die Nugget-Brücke verlegt. Nach heute und sonst überweist man ja nicht so genau. Oder die das danach machen. Aber es gibt nur ein ganz, ganz großes Problem. Die Pokémon, die sie haben, sind die exakt gleichen, welche die Trainer auf der Nugget-Brücke haben. Zwei Raupis, ein Taubsy und ein weibliches Nidoran. Ein Radfratzer, ein Rettan und ein Zubat. Ein Taubsy und ein weibliches Nidoran. Und ein Mankey. Genau das sind die Pokémon, die wir hier erwarten können. Weil sie eben genau die gleichen haben. Nur, dass sie natürlich auf einem etwas höheren Level sind, weil das hier wesentlich später vorkam. Während ich die Leute auf der Nugget-Brücke noch einigermaßen zugestehen kann, dass sie nicht unbedingt ihre Raupis und Holies schon entwickelt haben, obwohl sie es nicht machen sollen. Es ist hier noch schlimmer, wenn man Level 30 Raupis und Holies hat. Und das ist dann wieder so ein unnötiger Kanto-Vergleich, sag ich mal. Oder so ein unnötiges Kanto-Pandewing. Während die Arena wirklich gut umgesetzt war und so diesen Gedanken, wie gesagt, eingefangen hat von einer Trainer-Gruppe oder von Leuten, die eine Arena aufbauen und keine Ahnung haben. Ich habe ja schon verteidigt, warum ich das als gute Idee empfand. Es ist hier hingegen so, dass die Leute natürlich nicht eins zu eins wissen können, was die Leute auf der Nugget-Brücke haben an Pokémon. Warum? Naja, weil sie in Hort, Gold und Sol, Silver ganz andere Pokémon haben. Von daher passt das da schon nicht. Und als sie in Feuerrot und Blattgrün andere Pokémon hatten. Also Feuerrot und Blattgrün hatten wir zum Beispiel hier vier Pokémon. Und zwar Raupi, Horn, Usafkorn und Kokuna. Und die Trainerin, gegen die ich jetzt kämpfe, ich habe ja schon ihr Team sozusagen verraten, das war nämlich damals auch nicht, Taubsi und ein weibliches Nidoram. Ja, Feuerrot und Blattgrün hatten sie Taubsi, Mirabla und Knofenza. Und das zieht sich dann sofort. Es ist einfach ein unnütziger Rückgriff auf Rot, Blau, Gelb. Obwohl sie selbst da andere Pokémon hatten, voll Rot und Blattgrün. Und wenn wir dann von Hortgolz und zur Silver reden, wo die Challenge, die auf der Nugget-Brücke war, sondern auf die Route 25, wird es doch offensichtlicher. Da haben wir dann ewig plötzlich Mirabla, Knuddelhof, Kranbull, Tangela, Quana, Duflur, Tauboga, Blubella, Nidoking. Solche Pokémon. Porygon. Aber... Wieso haben die da die gleiche Tipps? Das gibt keinen Sinn. Und wie gesagt, das ist so ein ganz unnötiges Teil. Weil es sind jetzt einfach ein Haufen Pokémon, die zu diesem Zeitpunkt des Spiels komplett nicht mehr zu gebrauchen sind. Einfach aufgrund der Tatsache, dass sie schon lange hätten entwickelt sein sollen. Und ja, das ist dann eine der Sachen, die ich als äußerst negativ empfinde. Weil es ist einfach unnötig. Es tut nichts zum Spielgefühl beitragen. Es ist keine lustige Hommage. Es ist unnötig. Und wenn man bedenkt, dass das vielleicht gar nicht so schlimm wäre, der X-Wilf hat das nicht auch ständig gemacht. Sieht man vielleicht das Problem. Also ich wollte hier auf jeden Fall kein Problem haben, einen nach dem anderen wegzuhauen. Und viele dabei auch ehrlich gesagt kein riesiges Maß an Spannung. Die waren auch schon so eine Montage, by the way. Ich muss aber immer eine Sache sagen. Und zwar... Dass... Der Witz am Ende vielleicht... Dass ich sehr mit dem Witz am Ende gespannt bin. Aufgrund einer Tatsache, die in diesem Spiel vorkommen wird. Aber das sehen wir dann. Ich würde mich auf jeden Fall entschuldigen, weil ich werde heute wahrscheinlich jetzt... Also, was heißt wahrscheinlich? Ich werde es heute nicht mehr schaffen, die Prüfung zu absolvieren. Wie ich jetzt eigentlich das letzte Mal gesagt habe, dass wir heute die Prüfung machen werden. Das wird definitiv nicht mehr erinnern, weil wir sind schon bei 23 Minuten. Wir haben noch ein paar Trainer vor uns. Von daher sind wir hier erst einmal gefangen. Das bedeutet, es gibt immer noch die Möglichkeit, für mich Sankabu ein bisschen zu trainieren, weil ich werde den Kampf gegen das nächste Herrscher-Pokémon definitiv benötigen. Aber, ja, das heißt, ich werde das hier für den Part fertig machen und dann noch die letzten Herrscher-Sticker sammeln, die mir fehlen. Und es damit dann aber auch gut sein lassen. Das bedeutet dann im Umkehrschluss, dass wir erst im nächsten Part mein sechstes Team-Edit holen werden. Und ich weiß, ich habe bereits ein Akku bei mir in der Box, aber das ist ja das falsche Wesen. Von daher werde ich mir definitiv ein neues fangen, wo ich da nicht weiß, ob es das richtige Wesen haben wird. Das werden wir dann sehen. Ich werde dann ein paar Mal resetten müssen. Wichtig ist dabei, dass ich darauf achte, dass es Level 29 hat. Weil, oder, beziehungsweise Level 29 oder 30, beides ist in Ordnung. Die kommen da zwischen 19 und 32 auftreten. Warum werde ich da noch näher erläutern? Da muss ich da auf jeden Fall drauf achten. Was anderes ist, weil ich weiß noch nicht, wie ich es nennen werde. Deswegen werde ich erst mal Flash als vorübergehenden Namen machen, damit ich mir dann Gedanken machen kann, weil ich werde hier direkt, nachdem ich hier fertig bin, das Pokémon fangen. Da wird also für mich ziemlich wenig Zeit dazwischen liegen und dann das Ganze hier zusammenrendern. So. Okay. Dann wissen wir soweit Bescheid. Und es gibt nichts, was ich tun könnte, um das hier spannend zu kommentieren. Wie gesagt, daran liegt es, dass diese Pokémon hoffnungslos outmatched sind es nicht so Zeitpunkt des Spiels. Ganz ehrlich, da wäre sogar das Feuerrot und Blattgrün Raster besser gewesen. Wenn man es sogar schon in Feuerrot und Blattgrün festgestellt hat, obwohl man da so wenig wie möglich verändert hat, dass die Pokémon, die die Tränen auf der Nugget-Brücke haben, ziemlich enttäuschend sind. Sogar da hat man es schon gemerkt. Hier dachte man, es wäre eine gute Idee, das zu bringen. Das gleiche zu bringen, aber was, wie viele Level später? Ich verstehe es nicht. Da wundern es sich, Leute, dass man sich über die Kanto-Anspielungen aufregt. Ich würde jetzt nicht das ganze Thema noch mal aufreden, aber fassen wir doch einfach mal alles zusammen. Nuvaria-Wald, Starther in Nuvaria-Wald, die Starther, hier die Nugget-Brücke, die Dicta-Höhle, die Alola-Form, die alle nur Kanto-Pokémon sind und währenddessen hat man sich für die anderen Generationen Null interessiert. Ich meine, klar, das soll sozusagen ein Nachbar ganz Japan sein, deswegen, man kann hier Elemente aus Hot Gold zu Silber erhaben, aber sie werden nicht wirklich angesprochen. Und ich denke, es ist halt auch ein großer Unterschied, wenn du irgendwie geografische Gebiete direkt als Nachbau bezeichnest, wie es eben bei der Arena ist oder auch hier bei dem bei dem Mali-Zielgarten, der ein Nachbau-Joto sein soll, was in Ordnung ist, oder wenn du halt wirklich bis ins Trainer-Raster genau damit ab und sagst, guck mal, guck mal, ist das nicht geil? Voll der geile Swo-Back. Guck mal, guck mal, ist das nicht cool? Und man sich denkt, äh, nein. Nein, es ist ehrlich gesagt irgendwie, irgendwie nicht, das ist vielleicht ein einziges Mal cool. Und beim zweiten Mal denkst du dir schon, hä? Und beim dritten und vierten Mal sagst du dir, ach komm schon, wirklich? Also bitte, 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 wenn ich in Generation 8 noch eine unnützige Kanto-Romage sehe, die einfach nur das Raster kopiert, ohne wirklich, ähm, ohne wirklich einen, äh, ich sag mal so, Reflexionsprozess dahinter zu legen, was sinnvoll sein könnte, dann werde ich weinen. So, jetzt kämpfen wir hier mal gegen Manky, was zumindest ein bisschen interessanter ist, als alles, was ich da vorgesehen habe. Und dass er überlege ich mir gerade, wie eine Lola-Manky aussehen würde. Ich bleibe mit so einem, vielleicht mit so einem Ringkranz um die Hüfte oder irgendwie sowas, äh, wobei, wobei ich, ich da sagen muss, da wäre Lachs so richtig episch gewesen, so Relachs so mit einem, aber ich würde mit einem Blumenkranz um die Hüfte und zwei Bongos oder so, das wäre, das wäre so gut gewesen. hier kann wohl irgendwie jedes Pokémon Gewissheit oder so, ich weiß nicht, ob das ein Running-Gag ist, aber immerhin stecke ich, der ist mittlerweile gut ein, also meine Defensive scheint doch so langsam durch und mit Spukul habe ich jetzt immerhin eine Stab-Attacke, die auf den wesentlich stärkeren Angriff, ja, Leute, das ich da nicht viel zu befürchten habe und hey, weil ich habe mir noch über Angeber-Rei-Set gesprochen, aber in diesem Fall ignoriert und tot und auf Wiedersehen. Ich meine, vor allem, weil, ja, das hier weniger problematisch ist, hier kann ich einfach auswechseln, sehr vor allem bei Klavier dann in der Kombination böse. So, ein Augenschmaus, Glückwunsch, du hast alle fünf Trailer bis hin, hier kommt schon deine Belohnung, ein Riesennugget, schon deinem Nugget, was immerhin cool ist, mein Nugget, das ist viel mehr wert, hier kannst du gar nicht so dich behalten, ich bin Mitglied von Team Rocket, du bist dann auf der Suche einer fähige Neuling, wie wir uns zusammen Unruhe stiften wollen. Willst du mitmachen? Na komm, mach mit! Wie wär's, machst du mit? Los, mach bei uns mit! Verstehe, das ist nicht so, das wäre das so, das wäre einfach keine Wahl. Du solltest mal gehen und Leuten von Team Skull einen Besuch haben, statt von vor allem, wenn ich fusionieren wollte. Ich bin ziemlich sicher, die wären sehr gut dazu in der Lage, äh, perfekt sich zu assimilieren, sodass es dann übrigens derjenige, der die Rocket-Leute rekrutieren sollte, der Rocket in Rot-Mau-Gelde, die Leute rekrutieren sollte. Rat mal, was für Pokémon der hatte. Rettern und Subat. Hm, mein Rettern! Da wird doch nicht auch die exakt gleichen Pokémon haben? Nein! Das würde er doch mir haben. Zumindest 50% bisher. Und, äh, ja, ihr könnt, ihr könnt davon ausgehen, dass er denkt, dass Pokémon ein Subat wird. Aber, bin gespannt, was sie damit machen, weil, er ist nicht wirklich Team Rocket-Leute, sondern es ist eigentlich ein Joke. Aber, wenn die, wer die neuste Ankündigung gehört hat, bevor Pokémon-Untersonnung unter dem Mond, der scheint, der weiß, dass da noch was anderes passiert. Und natürlich, es ist ein Subat. Aber dann hat auch der sechste Trainer hier das exakt gleiche, Rat, das exakt gleiche Raster. Die haben fast die exakt gleiche Dialoge. Vielleicht haben sie in Japan sogar das exakt gleiche, nur, dass es ein bisschen anders übersetzt wurde, weil sie sich nicht wirklich an ihre Rot-Blau-Gelb-Dialoge erinnern können, oder es andere Teams mittlerweile sind. Das weiß ich nicht, die das übersetzt haben. Muss ich mir mal im Japanischen genauer anschauen, ob es wirklich die exakt gleichen Dialoge sind, oder ob es sich ein bisschen abgeändert hat. Auch dort schon. Das weiß ich nicht. So, auf Wiedersehen, Subat. Und damit wäre das hier erledigt. Und, ah, Level 35, immerhin. So, und jetzt bin ich auf den Dialog. Dann bin ich wirklich drauf gespannt, muss ich sagen. Boah, du bist echt stark. Also? Was hast du? Mit deinem Talent könntest du eine richtig große Nummer bei Team Rocket werden. Äh, Verschwendung ist das, sag ich. Haha, geprankt, Team Rocket gibt es doch seit Jahren nicht mehr. Jetzt würde ich dir glauben, wir wollen dich rekrutieren. Wir haben so einen kleinen Spaß erlaubt. Was weiß ich nicht, was der ehemalige Boss von Team Rocket Giovanni gerade so treibt. Okay, das könnte als Foreshadowing gesehen werden. Interesting. So, was ich aber eigentlich diese gesamte Zeit übermachen wollte, war, ich wollte nur hier nach oben um den Herrscher-Sticker zu holen. Ja, das war eine sehr große, ein sehr großer Umweg, besser gesagt, so dass ich euch mit dem Satz abgeschnitten habe. So, wir kriegen jetzt ein Maltidea als Herrscher-Pokémon, episch. Und jetzt werde ich dann direkt zu meiner Box senden, damit hätten wir ein neues Ziel, was unsere Herrscher-Pokémon angeht, erreicht. Ich weiß jetzt nicht, ob es noch etwas gibt, einen Herrscher-Sticker gibt, den ich einsammel konnte, den ich noch nicht habe. Ich werde mir das gleich mal dir anschauen. Es tarnt sich zu seinem eigenen Schutz als Käfer-Pokémon. Die Blütenleiter zu seinen beiden Armen sind scharfkantig. Ja, das passt von der Beschreibung her ziemlich gut. Ich nenne das Weibchen, ich werde das Ding einfach mal Serra nennen, nämlich am, komplett unsere Reflexion, einfach so, weil ich gerade drauf kam. Okay, dann sehen wir uns vielleicht gleich wieder. Vielleicht auch nicht, wer weiß. Äh, ja, Dankeschön. Okay. Ist gut. Achso. Äh, okay. Das nächste Mal bei 70 oder 80. Ich weiß es nicht genau. Okay, dann werde ich diesen Part damit abschließen, dass ich mein, weil ich habe jetzt keine Herrscher-Sticker mehr, dass ich meinen Pokémon umbenennen werde, weil ich wollte mich noch von euch verabschieden, natürlich für diesen Part. Also hat euch gefallen, dann würde ich mir selber einen Daumen nach oben, freuen, wenn ihr abonniert, ihr habt mich nicht mehr verpasst, wie ihr auf meinen Social Media Kanälen folgt. ja, dabei bleibt, ihr habt mich nicht mehr verpasst. So, der Spitzname wird House of Doom sein. Und da hoffe ich, dass jeder die Anspielung versteht. Deshalb, äh, Saphira mir vorgeschlagen, die immer relativ gut darin ist, was, äh, das, äh, oder die Spitznamen angeht. Und ich meine, House of Doom ergibt, glaube ich, hier deutlich Sinn. Ich kann das oft halt nicht unbedingt vom Satz trennen, aber, dann passt das ja so. Dann hätten wir genau ein Leerzeichen gefehlt. So. Okay, dann danke für die auch bei Saphiraid. In diesem Part unter Sonne. Und es ist ja fertig, wenn ihr ein bisschen was lieblich habt. Dankeschön. Wir sehen uns dann das nächste Mal wieder zur Prüfung. Bis dann.